Hallo liebe Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Dunkelstern 1 der 17. Aufnahmesession und wir sind in einem riesigen Asteroidenfeld aber wir wissen ja was wir machen Alter, ich bin so ein bisschen geschockt, muss ich sagen und zwar habe ich mir gerade ein Let's Play von Sarazar angesehen und zwar das Let's Play zum Spiel, beziehungsweise das Spiel zur Serie The Walking Dead Alter Schwede, was das für eine Story hat, die ist bedrückender als Final Fantasy Da passiert etwas richtig Schreckliches, Alter und man ist geschockt Man ist regelrecht geschockt, weil man überhaupt nicht wusste, dass das so passiert Man hat damit nicht gerechnet Und dann ist das auch so Eiskalt So, aber wir sind jetzt hier, also wie gesagt The Walking Dead von Sarazar, sehr zu empfehlen Reinziehen ist geil So, ein bisschen Fremdwerbung kann man auch mal machen Und jetzt bin ich mal ehrlich froh mal wieder Dark Star Wars zu spielen Oh, Piraten Hallo Chiron, hab dich schon erwartet Ich bin im iranischen Geheimdienst Dieser Kreuzer ist unser Ziel Er muss auf jeden Fall zerstört werden Das ist eure letzte Chance, Piratenpack Übergebt uns den Kreuzer oder euer Schicksal ist besiegelt Kommt und holt ihn euch doch Jeden, der sich uns nähert, blasen wir weg Das ist klar Das verstehen die Okto also unter Diplomatie Dann wollen wir doch mal ein bisschen einheizen Unterlegenheit ist dein Schicksal Ja, sag das zu deinem Kreuzer Das ist eine gute Idee Ah, was war das? Das war laut Oh, mein Ohre Alter, was ist das für ein Geräusch? Hoffentlich ist das nicht zu laut für euch Danke Ich hab dich direkt vor mir Äh, by the way Ich würde gerne mal ein Teil auf die Schilde setzen Nicht alles auf die Waffen Zustand kritisch Ah Du sollst auch den Ja, es ist Ja, dann mach sie auf Ja, das hatte ich auch gesehen Leider etwas zu spät So, erstes Bild Einfach mal so Weil ich es kann So, wir müssen die Reste wegräumen Bevor es zu spät ist Ziel zerstört Achso, das sind nur Drohnen Ausgezeichnet, das waren die letzten Unser Auftrag hier ist erfüllt Ich danke dir im Namen unseres Volkes Hier kommt deine Belohnung Danke Und passt das nächste Mal besser auf eure Kreuzer auf Keine Sorge, das werden wir Wir haben eine Mission Zur vollsten Zufriedenheit Erledigt Und wir haben einen Schlüssel erhalten Zu diesem System Die anderen sind mir relativ egal Weil Es wird auch ein Hier, guck mal hier Bestes Beispiel Fragezeichen Und Artefakt Die werden schon angezeigt Das heißt Richtig Die können mich mal Da gehe ich doch gleich ins Arak-System Und Lass mich dort mal einschreiben Um Was Gutes zu tun Ja Da will sie noch ein Wer mit mir anlegen Drei Piraten, okay Ich übermittele Grüße Und erwarte deinen Tod Hier kommt ein letzter Gruß Der Darkstar One Ich mach mal so den Spaß, ne Ich zeige dir jetzt Oh shit Ich hab gerade eben Meine gesamten Frontschilde Zerschmettert Das hätte auch Böse ausgehen können Also mit einer Hellfire zu spielen Das ist kein Scherz Also das ist Man muss echt aufpassen Weil das kann nach hinten losgehen Die Druckwelle Die reißt einen Dann die gesamten Schilde weg Ich hab ja Probleme Mit den Dingern Bitte die Fracht gleich Für die Überladung Bereit liegen So Das wird das letzte Mal Vorletzte Mal sein Dass wir hier rein fliegen Dann fliegen wir nämlich rüber Zu einer Arak Und zwar ohne Im Prinzip ohne So Ist das alles was sie haben Tschüss Da repariere ich nur mein Schiffchen Und gehe wieder Dann müssen wir noch Einen Zwischenhalt machen Vielleicht Verstanden Wir haben übrigens Den 13. 13. 3. Und der hat schon Geschneit Heute Wieder Geschneit Siehst du Jetzt haben wir auch Die restlichen Dinge Also Das grenzt sich doch Alles an Ja Die Piraten Die kümmern mich nicht Sind aber noch zu nah Bäm Also wichtig ist Dass ich mir 5 Bilder mache Alles andere ist egal Ihr wisst ja So eine Bilder Die kommen irgendwie besser Auf ein Thumbnail Als irgendwelche Als solche Bilder Aber ich habe ja in der Mitte Diesen riesigen Kreis Und so sieht es einfach besser aus Deswegen Das mache ich auch bei Skyrim Ganz gerne Ähm Thumbnails ohne HUD Das heißt So special Special moves Kameradinger Oder Kameraschwenkungen So geskriptete Animationen Die sind gar nicht mal so schlecht Das macht auch riesen Spaß Die Dinger dann zu schreiben So wir sind Jetzt gleich da Zum Zum Artefakt Und hoch Man muss immer nach oben Ziehen Also immer hochziehen Artefakt eingesammelt Wie viel brauchen wir noch? Wahrscheinlich viel ne? Ja 4 Na ja Shit Gut ähm Wir fliegen darüber Ich glaube wir müssen darüber Oh ich kann darüber auch springen Sehr schön Dann haben wir es doch Speichern müssen wir auch noch Ein armes System Ja Dann brauche ich mich nicht drum Reisen Zur Forschungsstation zu gehen So Dadurch dass wir im Ahrergebiet sind Erreichen wir allmählich Oder werden wir Schon eher Richtung Finale gehen Das dauert dann nicht mal allzu lange Wenn ich den letzten Fitzel Offscreen mache So jetzt verlassen wir übrigens Das OCTO System Ja hier sollte ich Ressourcen kriegen In dem Ahrergebot Wir haben glaube ich noch nie Eine Ahrer Station von innen gesehen Ne? Dann wird es mal Zeit Bisschen Hintergrundinformationen Zu den Arak Arak sind Sektuiden Das sind Insekten Die leben in einer Bürokratie Gut die ganzen Welten Haben zwar ihre eigenen Regierungen Diktatur Demokratie Und Sonst noch was Es gibt noch irgendeine andere Regierungsform Monarchie Genau Monarchie Und Ja die sind In einer Bürokratie Aufgebaut Alle Die ganzen Systeme Und die Handeln Streckt Nach Paragrafen Und Ja das werden wir Jetzt gleich hören Denn ich fliege jetzt gerade Schnurstracks Die Handelsstation an Und auch die Sieht Schon mal ziemlich anders aus Nicht mal so klobig Sondern ziemlich drahtig Man hört sie auch bereits So jetzt werde ich die Anfrage fragen Hier ist die Arak Handelsstation Wie können wir ihnen Behilflich sein Landeerlaubnis Gemäß Paragraf 3 Erteilt Paragraf 3 besagt Dass Alle Mitglieder der Galaktischen Union Und Andere Freien Landezugang haben Weil ja wie das hier aussieht Und da sind wir Sieht aber schon mal stylisch aus Schön Wabenhaft Das Okay es sind keine Direkten Sektorien Ich glaube die So eine Art Ameisen Darstellen So eine Kreuzung Aus Ameise Und Wespe Aber hier kriegen wir Equipment Big Bang Davon brauchen wir eine Hallo Achso dann sind wir schon voll Oder wie Okay Dann Habe ich nichts gesagt Gut wie sieht es aus Repair Bot haben wir schon eine Ja Das brauchen wir auch Der Verkauf und Besitz von Videospielen Ist nach Paragraf 677 Gesetzlich Untersagt Ich habe gar nicht vor hier Videospiele zu kaufen Nein Es gibt übrigens jetzt die Sporentürme Die machen doch noch mal ein bisschen Damage Da will ich gerne mal einen haben Da gebe ich auch unser gesamtes Gold für aus Um eins dieser Kanonen zu haben So Wir haben eins Übrigens auch eine nutzlose Gravity Gun Die wir übrigens mal verkaufen können So 21 Natürlich in welche Richtung Ich würde sagen den entkoppeln Dann macht der noch 14 Dann macht der Minus gut Dann kann der raus Dann haben wir auf jeden Fall schon mal eine Sporenkanone Ähm Wie sieht es aus Da ist das Ziel Dann fliegen wir dahin und holen uns Eins, zwei, drei Gut das würde gehen Wenn wir da doch irgendwo Die versteckte Mission finden Um den hier freizuschalten Dann Haben wir ein Level Up Und das habe ich vor Also wie vor Das habe ich vor So wie sind die Sporentürme Schauen wir uns den erstmal von außen an Der ist unten links Ne warte 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 Habe ich denn schon so einen? Ich scheine schon so einen zu haben Ne Eins davon ist doch der Raketenwerfer Achtung Bereit für Leitstrahl Höö Dreh mal Da unten Da unten sitzt der Raketenwerfer Haben wir schon so ein Ding? Okay Wir hatten anscheinend schon so ein Ding Warum sagt mir das denn niemand? Naja Jetzt machen wir mehr Damage Und das ist die Hauptsache Gut da fliegen wir hin Waffen kosten auch so Schweine viel Geld Neue Navigationsdaten erhalten Über den Rest Artefakt in der Targetliste Ja gut das waren jetzt die Navigationsdaten von dem einen Würde ich gleich sagen Danach direkt zur Handelsstation Gucken ob da was drin ist Und dann Gehen wir wieder Ja Vielen Dank.